Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist Umsatzsteuer Teil 5. Heute geht es mir um die Vorsteuer. Die Vorsteuer ist die, die in den Rechnungen, die Sie bekommen, enthalten ist. Also die Umsatzsteuer von den leistenden Unternehmern, die an Sie geleistet haben. Sie können die wiederbekommen, wenn Ihre eigenen Umsätze der Umsatzsteuer unterliegen. Ärzte oder Kleinunternehmer sind dann natürlich ausgeschlossen. Es gibt auch noch andere, die ausgeschlossen sind, aber das als Beispiel. Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen für den Vorsteuerabzug, dann müssen Sie noch die formellen Bedingungen erfüllen. Also die Rechnung muss ordnungsgemäß sein, die bei Ihnen eingegangen ist. Die Steuernummer des Leistenden muss dort draufstehen, der richtige Umsatzsteuerbetrag, der richtige Umsatzsteuersatz und viele Kleinigkeiten auch noch. Wenn Sie das alles erfüllen, dann ist das die Steuer, mit der Sie Ihre eigene Umsatzsteuer kürzen. Und dann schulden Sie nur noch die Differenz. Die Differenz zwischen Ihrer Umsatzsteuer und der Vorsteuer. Thanks for watching.